Ja, hallo zusammen. Heute zu einem kleinen Spezialvideo mit einem Blick hinter die Kulissen. Und zwar in unser Filmstudio. Dazu kommen wir natürlich über unseren NFC CodeTouch rein. Hier ist schon mein Kollege, der Johannes. Den kennt ihr ja natürlich auch aus etlichen unserer Videos. Servus Johannes. Servus Moritz, hi. Ja, wir haben heute, upala, was Spezielles geplant und in petto. Ja, erstens, wir sind hier in unserem Studio. Das sieht man ja gar nicht so häufig. Hier entstehen alle unsere Explained-Videos, Podcast-Aufzeichnungen. Das eine oder andere Webinar entsteht hier. Genau, das ist unser Studio und hinter uns sind ein Haufen Kollegen von uns. Genau, weil nicht alles, was Sie jetzt auf unserem YouTube-Kanal sehen, wird natürlich irgendwie von uns oder auch von meinem Kollegen, dem Andreas, irgendwie produziert. Sondern da ist natürlich ein ganzes Marketing-Team dahinter, das für unsere Webseite sorgt, für tolle Grafiken, für Animationen, für die YouTube-Videos, Blogs, Texte, Referenzen. Also alles, was nach außen hin sichtbar wird, wird unter anderem realisiert hier von den Kollegen im Hintergrund. Aber der eigentliche Grund, warum wir heute dieses Video drehen, ist, dass wir Danke sagen wollen für 22.000 Abonnenten, die wir auf unserem YouTube-Kanal geknackt haben. Und Andreas, du hast dir dazu was Kleines überlegt, denn wir wollen uns natürlich ordentlich bedanken. Ja, wir wollten nochmal Danke sagen und die Zahl 2 als Anlass nehmen, zwei Mini-Server Kompakt unter allen unseren Followern zu verlosen. Also wer kann an dieser Verlosung teilnehmen? Einfach alle, die wir uns unseren YouTube-Kanal abonniert haben und ein Like und ein Kommentar unter diesem Video lassen. Für all jene, die neu mit dabei sind, unter denen wird ein Mini-Server verlost. Und natürlich für alle, die uns bis hierhin begleitet haben und das Ganze ermöglicht haben. Also an die Leute geht auf jeden Fall auch ein großer Applaus, würde ich sagen. Ein großer Applaus, danke schön. Ja, und da bleibt uns nur zu sagen, viel, viel Glück an alle, die mitmachen. Der Andreas hat es ja erklärt, immer freuen wir uns natürlich fleißig über alle Kommentare, Themen, Inputs. Darf auch mal ein kritisches Wort dabei sein. Unter YouTube versuchen wir natürlich auch immer zu beachten. Vielen Dank für die Treue bisher und viel Spaß weiterhin mit dem Content, das unter anderem das ganze Team für Sie da draußen produziert. Bis zum nächsten Mal.